Aber eines muss ja auch klar sein, es wäre ein komplett anderer Wind. Ein Wind wäre das falsche Wort, eher ein komplett anderer Hurricane oder Sturm oder ähnliches. Und wer sich an diesen Wind nicht anpasst, der wird schnell Probleme bekommen. Und ich glaube, die Geschwindigkeit der Veränderungen auf allen Ebenen wird noch völlig unterschätzt. Hey Leute, der 5. November 2024 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Der Donald Trump ist mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Sowohl Mehrheit der Stimmen in Amerika, Mehrheit der Swing States, Mehrheit im Kongress und auch Mehrheit im Supreme Court, die hat er schon vorgehabt. Das heißt, ein ganz klares Mandat für Veränderung. Und am selben Tag ist dann auch noch der Ampel zerbrochen, nachdem der Herr Scholz den Herrn Lindner entlassen hat. Also seismografische Veränderungen und was das alles bedeutet, auch für euch, welche Auswirkungen das haben wird. Die US-Wahl, die deutschen Veränderungen, was sich global tun wird an den Märkten. Und darüber möchte ich in diesem Video entsprechend sprechen. Und es ist ganz klar, wie schon gesagt, das wird ein Tag für die Geschichtsbücher sein. Und ich glaube, die meisten Leute unterschätzen noch, dass diese Dinge teilweise seismografisch sein werden. Also nicht nur, wo man sagt, ja, es wird sich was ändern, wie bei jeder Wahl, sondern ich glaube, es kommt ein ganz anderer Wind. Es wird ganz anders sein. Und das hat man schon im Wahlkampf gesehen. Wenn man gesagt hat, der Donald Trump hat sich einfach mal, wie er irgendjemanden seine Gegner als Müll bezeichnet hat, oder seine Folge, hat er sich einfach in den Müllwagen gesetzt. Und die andere Sache, Elon Musk, weltweit reicher Mann, ist auch am Tag der Wahl gleich mal ordentlich reicher geworden, ist schon auf Trump-Familienfotos zu sehen. Das heißt, er hat einen unglaublichen Einfluss auch auf die amerikanische Politik. Das heißt, hier tut sich Gewaltiges. Man hat auch gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass nach einer Wahl Börsen so extrem reagiert haben. Das hatte ich auch sehr gefreut, speziell in den Kryptomärkten. Aber man hat ja gesehen, ja, die Börsen im Jubel, der Dow Jones, gewaltige Plusse und auch die Nasdaq und noch extremer die Kryptomärkte. Da gab es ja fast keinen Halt mehr. Am Ende, vor der Wahl, war Bitcoin bei 65.000, mittlerweile bei 90.000 Dollar Doge. Hat sich, glaube ich, plus 150 Prozent die Coin von Elon Musk. Auch Ethereum, Solana, also da gab es wirklich kein Halten mehr, hatten wir auch an den Märkten gesehen. Also so eine extreme Reaktion, muss man in der Geschichte lange schauen, dass Wahlen so etwas eine extreme Euphorie nach sich ziehen. Und wieso ist das so? Weil natürlich der Trump gesagt hat, die Regulierung, niedrigere Steuern, also Marktwirtschaft, Kapitalismus, all das. Und nicht alles wird so sein, da gibt es auch durchaus viele Einschränkungen dafür. Aber natürlich, ein paar Leute haben richtig profitiert. Der Elon Musk, wie gesagt, die Tesla-Aktie, auf Rekordstände gestiegen. Ich glaube, fast auf 350 Dollar. Auch die Finanzindustrie, Goldman Sachs, alleine am Tag der Wahl, plus 10 Prozent. Natürlich auch die Kryptomärkte, wie ich gesagt habe. Die fallen deshalb, weil der Gary Gensler, der derzeitige SEC-Chef, vermutlich entlassen wird, der sehr kryptokritisch war, die Regulierung schwierig gemacht hat. Der Trump war ja eher Krypto. Das heißt, hier hat man auch an der Wahl gesehen, gewaltiges Plus für einige, aber nicht für alle. Weil man hat auch gesehen, die deutschen Autobauer waren mal 10 Prozent im Minus, während Tesla nach oben kein Halten geht und selbst die amerikanischen Autobauer auch im Plus sind. Weil natürlich ganz klar war, ausländische Firmen werden durch Zölle entsprechend bestraft. Ausländische Firmen bekommen vielleicht Probleme mit den Zöllen. Gerade die deutschen Autobauer, nicht nur die, auch China. Die chinesischen Aktien waren teilweise auch ihr Verhalten. Und auf der anderen Seite, die amerikanischen Firmen werden tendenziell davon profitieren. Und die Politik von Trump ist relativ klar. Sie ist Deregulierung, niedrigere Steuern. Das soll führen zu einer stark wachsenden Wirtschaft, stark wachsenden Börsen. Und das alles noch kombiniert mit hohen Staatsausgaben. Das heißt, die Politik von Donald Trump wird auch sehr stark inflationär sein. Die Zölle werden auch vermutlich nochmal die Inflation anheizen. Auch wenn er dann sagt, okay, beim Bürger werden vielleicht die Preissteigerungen zwar sichtbar, aber auf der anderen Seite werden manche Steuern wieder gesenkt. Wie zum Beispiel Steuern auf Trinkgelder, Steuern auf Pensionsbezüge oder ähnliches. Das ist zumindest mal der Plan. Aber es ist ganz klar, die Inflation, die ja schon bisher stark war, sie ist jetzt in Amerika etwas hinuntergekommen, zumindest offiziell. Faktisch merkt man nichts. Ähnlich wie in Europa. Ist ja auch offiziell die Inflationsrate zurückgegangen. Aber faktisch, wenn man irgendwo zahlt, merkt man nichts von dieser, oder sehr wenig von der Inflationsreduktion, dass der Trump zusätzlich noch einmal die Inflation einheizen könnte. Weil natürlich genau diese Dinge. Auf der einen Seite eine expansive Wirtschaft, Steuersenkung, und auf der anderen Seite auch noch hohe Staatsausgaben. Das führt zwangsläufig zu Inflation. Aber gleichzeitig hat der Trump auch schon angekündigt, dass die Zinsen womöglich sinken könnten. Und hier vielleicht mal etwas, was auch vielleicht wirklich seismografisch ist, was die wenigsten, gab es da eine Meldung, da hat irgendein Senator, glaube ich, aus Utah oder so gesagt, man könnte die Fed zusperren und unter das Finanzministerium die Kontrolle setzen, damit der Präsident Kontrolle über die Zentralbank hat. Der Herr Paul hat ja gleich am Anfang gesagt, wie man ihn gefragt hat, also der Zentralbankchef, ob man ihn feuern kann. Er hat gesagt, no, that is not legally possible. Aber 2026 ist sein Term zu Ende. Und das Lustige war, normalerweise wird ja auf Staatsebene oder auch in der Hochfinanz nicht mit Emojis kommuniziert. Aber es kann durchaus sein, dass die vielleicht größte finanzpolitische Entscheidung seit Bretton Woods, wo der Richard Dixon gesagt hat, wir entkoppeln den Dollar vom Gold, und wo dann der Dollar im freien Fall war natürlich, jetzt der Elon Musk mit einem Hunderter-Emoji auf dem Post von dem Senator aus Utah, dass wir die Fed zusperren und abschaffen soll, praktisch eigentlich gesagt hat, wir brauchen die Fed nicht mehr, der Präsident soll die Fed kontrollieren, die Zentralbank. Und das hat auch einen Grund, weil der Trump will natürlich niedrigere Zinsen. Wieso will er niedrigere Zinsen? Niedrigere Zinsen sind ja mehrere Dinge, die gut sind. Donald Trump hat viele Schulden. Der Elon Musk hat auch viele Schulden. Die Übernahme von Twitter wurde ja auch mit Schulden teilweise finanziert. Um nur ein Beispiel zu geben, da sind einige Milliarden dort, 10er Milliarden Potenz. Beim Elon Musk ist vermutlich Richtung Milliarde, beim Elon Musk ist ein bisschen mehr an Schulden. Und natürlich auch die amerikanische Staatskasse würde natürlich auch profitieren, wenn sie nicht mehr so viel für Zinsen zahlen muss, wenn die Zinsen senken, muss der amerikanische Staat weniger Zinsen zahlen. Das heißt, alle würden profitieren. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Donald Trump sagt, das war ja auch durchaus ein populistischer Gedanke, den es auch woanders gegeben hat, in der Türkei, bei Herrn Erdogan zum Beispiel, ja, die Zinsen sind böse, senkt man die Zinsen, dann können sich die Leute wieder mehr leisten, können sich wieder mehr Häuser leisten, dann boomt alles, die Kapitalmärkte boomen und so weiter. Aber natürlich in Kombination mit einer inflationären Politik und fallenden Zinsen, das kann natürlich die Inflation erheblich anheizen und das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das der Fall sein wird, aber auch davon würde ja alle profitieren. Der Elon Musk, wenn seine Schulden weniger weit sind, er ist jetzt mehr, Donald Trump dasselbe. Und natürlich auch der amerikanische Staat kann sich auf diese Art und Weise auch entschulden. Eigentlich eine Win-Wid-Situation, wieso kann sich der amerikanische Staat so leicht entschulden? Der Erdogan konnte das ja nicht, musste dann die Zinsen wieder anheben, weil der Dollar eine Weltwährung ist und die türkische Lira eben nicht. Und was auf jeden Fall der Fall ist, Gelddrucken wird neue Rekordstände erreichen, das ist glaube ich schon ganz klar. Der Powell hat ja schon proaktiv mal die Zinsen nochmal um 0,25% gesenkt, auch wenn jetzt hingewiesen wurde von der Fed, nein, die Inflationsgefahr ist wieder ein bisschen zu groß, wir senken die Zinsen nicht weiter. Die Börsen scheinen einem nur begrenzten Glauben zu schenken, offensichtlich. Zu sehr wirkt der Elon Musk ein Emoji im Hintergrund. Und wenn natürlich der Staat deutlich mehr Ausgibt, als er einnimmt, muss er Staatsanleihen begeben. Wenn diese Staatsanleihen von der Privatwirtschaft nicht gekauft werden oder von den Pensionskassen oder von internationalen Investoren, weil eben die Ronditen zu gering sind, vielleicht auch bei niedrigeren Zinsen noch unattraktiver, muss er wieder die Notenbank kaufen und so ist die klassische Form des Gelddruckens, wird neue Rekordstände erreichen, was natürlich mittelfristig wieder die Inflation anreizt. Aber die offizielle Inflation, das kann vielleicht der Donald Trump auch hinbekommen, wenn er geschickt ist. Es wird übrigens auch in die Gelddruckorgien, wenn auch dann in Europa, Europa ist ja nur der Dackel, Frau Lagarde, die EZB ist ein bisschen so die zweite Weltwehr, aber ein bisschen der Dackel von den USA. Und wenn jetzt die USA eben die Zinsen senken und gleichzeitig auch sehr viel Geld drucken kann, Europa muss auch die Zinsen senken, weil sonst werden die Exportgüter nachtaure, der Euro wird zu stark. Das heißt, Europa ist ja wirtschaftlich ohne dies eher in einer schwierigen Situation. Europa müsste die Zinsen schneller senken als Amerika, weil Europa eher wirtschaftliche Probleme hat als Amerika, zumindest auf volkswirtschaftlich betrachtet, nicht was die Großteile der Bevölkerung betrifft, da mag es noch anders aussehen, aber auf volkswirtschaftlicher Basis geht es am Ende deutlich besser. Aber das heißt, Geld gedruckt wird sicherlich auch in Europa, auch Europa ist völlig überschuldet und auch in China wird man das Gelddrucken aufnehmen, das heißt, die Kohle wird nichts wert. Aber offiziell wird was darstellen können und werden vielleicht teilweise sogar durchaus bei so einigen Massengütern die Preise tatsächlich nicht mehr so stark ansteigen, weil was schon teuer ist, ist ja auch diese ganzen CO2-Bepreisungen, Energie ist teuer geworden, durch die Umstellung der Wirtschaft auf eine nachhaltigere, emissionsfreiere Wirtschaft, CO2-neutrale Wirtschaft, wie man es nennt, das kostet viel Geld und der Trump hat ja schon gesagt, wir steigen aus dem Klimaabkommen auf, das Ganze brauchen wir nicht. Drill baby drill ist die neue Message, Öl und Gas werden gefördert und das kann ja schon dazu führen, dass der Öl- und Gaspreis entsprechend sinkt, wenn natürlich das Angebot steigt. Das ist ja auch eines seiner Ziele, dass die USA größter Öl- und Gasproduzent ist, dass man nicht mehr so abhängig ist von Saudi-Arabien und anderen Ländern oder Russland und dass er praktisch eben sagt, es wird mehr gebohrt, wir werden entsprechende Fracking-Dinge wieder freigeben. Das ganze Thema Umweltschutz interessiert ihn überhaupt nicht. Einzige Ausnahme, Elektroautos, vor allem Teslas, muss man natürlich speziell behandeln, weil der Elon Musk hat ihm ja doch mitgeholfen, dass er Präsident wird und das muss natürlich auch belohnt werden, logischerweise. Also Elektroautos werden sicherlich möglicherweise sogar gefördert werden, zumindest wenn sie von Tesla kommen, aber vielleicht auch von anderen amerikanischen Firmen. Da wird es nicht gar so ausschauen, aber ansonsten, wie heißt es, Drill baby drill. Und das bedeutet natürlich auch, dass hier eine gewisse deflationäre oder preissenkende Effekt ist, genauso wie übrigens durch künstliche Intelligenz, technologischer Fortschritt, führt auch immer, dass natürlich Preise sinken, dass Wohlstand steigt, dass natürlich entsprechend hier auch ein etwas wieder deflationärerer Effekt ist, sodass die Inflation vielleicht doch nicht so stark ansteigt, trotz der Gelddruckorke. In Teilbereichen wird die Inflation extrem ansteigen, vor allem im Luxusbereich, im Bereich, wo nicht vermehrbare Güter- und Dienstleistungen sind, wird es ganz extrem ansteigen, aber so für den Durchschnittsamerikaner, der Preis, der Pump, der wird womöglich sinken und das kann ich allein schon dazu sorgen, dass die offizielle Inflationsrate auch geringer ist. Jetzt kommt noch eines dazu, also nicht nur Drill baby drill, hat auch noch eine zweite Komponente. Der Trump hat ja auch angekündigt, dass er die Konflikte in der Ukraine und in Russland und im Mittleren Osten beenden will. Das war auch eine seiner Ansagen. Mit Netanyahu kann er sicherlich deutlich besser als seine Vorgänger, Herr Biden. Das heißt, er wird Israel unterstützen, er hat ja auch damals Israel extrem unterstützt, hat die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt, von Telerif, aber er hat auch einen diplomatischen Meilenstein geschaffen, nämlich die E-Bremme kurz, das heißt, die diplomatische Aufnahme, diplomatische Beziehung und Versöhnung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko, Ägypten und nach ein paar anderen Ländern und Bach rein und zusätzlich auch noch mit Saudi-Arabien wieder eine gewisse Normalisierung, dass israelische Flugzeuge wieder den saudischen Luftraum benutzen dürfen. Das war tatsächlich eine historische Situation fast, die E-Bremme kurz und wenn jetzt der mittenen Osten befriedet ist, die Gefahr einer Eskalation wieder deutlich zurückgeht, ist natürlich auch die Gefahr, dass die Ölpreise explodieren, wenn die iranischen Ölfälle bombardiert werden oder ähnliches oder die Schlaße von der Humus gesperrt wird, deutlich geringer. Ich glaube, auch hier ist ganz klar, der Iran wird klar gesagt, es gibt ja auch zumindest Geheimnisberichte, dass der Iran versucht haben soll, den Donald Trump zu ermorden, der wird in, glaube ich, also der Iran ist in einer sehr schlechten Position, die dürfen sich derzeit nicht viel trauen, sonst, glaube ich, wird es dort eher Amerika den Geldhahn abdrehen, den Geldhahn hat der Trump das letzte Mal schon abgetreten, wird es wieder machen. Das heißt, es ist durchaus wahrscheinlich schon allein aufgrund der faktischen Lage, dass hier durchaus recht rasch Frieden einkehrt, weil eben der Donald Trump im Gegensatz zu seiner Vorgängerregierung den Iran, der ja auch ein Erzfeind Israels und teilweise auch Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate ist, entsprechend den Geldhahn abdreht, um es ganz klar zu sagen und damit haben die auch kein Geld, irgendwelche terroristischen Aktivitäten zu starten und damit ist auch die Gefahr einer Eskalation, die noch vor zwei, drei Monaten erheblich war, deutlich gesunken und damit auch von starker Inflation durch einen hohen Nühlpreis. Auch, wie gesagt, in der Ukraine scheint es entsprechend ihr die Möglichkeit zu geben, dass es hier Frieden gibt. Russland hat ja auch schon angekündigt, entsprechend positiv darauf zu reagieren. Das heißt, es wird natürlich auch eine gewisse Friedensdividende geben, nur die Friedensdividende wird sich Amerika teuer bezahlen lassen, weil er hat schon angekündigt, dass die Verbündeten, egal ob in Asien, Japan, Südkorea, Taiwan oder auch Europa, viel mehr dafür bezahlen müssen. Das wird er auch durchbekommen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, ja, es wird eine Friedensdividende geben, aber auch die wird bezahlt werden müssen, auch das ist tendenziell eher wieder entsprechend inflationär. Aber es ist zumindest eine Chance gegeben, in seiner Amtszeit hat der Trump keine Kriege begonnen, im Gegensatz zum Obama und auch im Gegensatz zu doch die recht turbulenten Amtszeit von Biden auf geopolitischer Ebene betrachtet. Und somit er bleibt zu hoffen, wissen tut man es ja nicht, dass er entsprechend hier auch vielleicht Frieden einkehrt. Amerika will nicht auch seinen Fokus auf Asien stürzen, dort natürlich auch im Wettbewerb oder auch im Konflikt mit China. Er hat ja auch einige China Hawks, also sehr China-kritische Leute, in seine Positionen gehift, in der Regierung bereits, hat er schon angekündigt. Das heißt, auch Peking muss sich warm anziehen. Er hat der China 60% Zölle versprochen und dem Rest der Welt seiner Verbündeten nur 10-20%, teilweise 100%. Das heißt, auch wenn nicht alles so heiß gegessen, wie gekocht wird, also es wird sicherlich eine aggressive Politik gegen China geben. Und hier muss man nicht immer aufpassen, dass es hier nicht zu Eskalationen gibt. Was auf jeden Fall der Fall ist, die amerikanische Wirtschaft wird durch Deregulierung und die ganzen Maßnahmen sicherlich gepusht, Steuersenkungen pusht die Wirtschaft. Natürlich auch der Wohlstandsverteilung geht immer mehr an die Superspitze, an die ultra-rich, das darf man auch nicht vergessen. Aber trotz allem, die amerikanische Wirtschaft, die wächst, wird die Welt wieder ein bisschen mitziehen, genauso wie die Friedensdividende. Aber auch hier wird sich Amerika das bezahlen lassen, eben vor allem durch hohe Zölle. Und da ist natürlich speziell Deutschland als Exportnation, aber auch andere EU-Länder, aber auch natürlich auch Südkorea oder Japan und natürlich auch China entsprechend davon betroffen, hat man ja, wie gesagt, auch an den Aktienmärkten entsprechend gesehen. Und was bedeutet das jetzt für die Märkte? Kurzfristig nach der Wahl ist ja mal Gold gefallen, weil eben die Börsen massiv gestiegen sind, ja die Gefahr von vielleicht geopolitischen Eskalationen vielleicht sogar jetzt kurzfristig etwas geringer ausfällt, aber mittelfristig, wenn Geld nichts wert ist, ist Gold immer ein guter Hedge gewesen, also langfristig wird wahrscheinlich Gold noch immer sehr gut performen. Für Kryptos stehen jetzt auf jeden Fall mal Golde und Zeiten bevor, aber muss ich mir auch aufpassen, dass der Hype nicht überschwänglich wird. Es gibt, wie gesagt, aus Amerika einige Stimmen, die sagen, ja, kein Intokryptos, es hat schon einiges gegeben, also es scheint hier tatsächlich eine neue Phase zu geben für die Kryptomärkte, die vielleicht erst begonnen haben. Wie gesagt, es bleibt spannend, aber hier ist tendenziell das sehr positiv zu sehen, auch an den Aktienmärkten ist tendenziell eher eine positive Entwicklung zu sehen, weil natürlich Wirtschaftswachstum und ähnliches führt natürlich auch dazu, dass, und auch fallende Zinsen, die nicht, oder profitiert sich auch Kryptos, aber natürlich auch Aktienmärkte, ganz besondere Tech-Aktienmärkte davon, aber natürlich auch niedrigere Steuern, Deregulierung und so weiter, aber auch hier ist eigentlich noch nicht ganz jede Politik klar, die da dran fährt. Es gibt natürlich auch viele Verlierer, zwar Solarbranche wird in Amerika jetzt nicht so gut dastehen oder Firmen für nachhaltige Energie und ähnliches. Die Ölkonzerne werden tendenziell eher profitieren, aber auch kommt darauf an, wer, Fracking-Konzerne definitiv, die großen Ölkonzerne, ob die niedrigeren Ölpreise sind vielleicht auch wieder nicht so gut und da Herr Wenz, sein Vizepräsident, der Händschaftskandidat, hat auch schon gesagt, einige der großen Deck für müssen vielleicht trotzdem aufgebrochen werden oder Break-up. Das heißt, vielleicht ist nicht für jeden so gut und vielleicht sagt der Trump auch, okay, für einige, die mir geholfen haben, ist gut und für andere nicht. Für Tesla scheinen sie jedenfalls bis jetzt kein Halten zu geben, die Finanzindustrie profitiert sehr, also insgesamt für Aktien positiv. Wie schaut es für Immobilien aus? Immobilien waren ja jetzt die letzten zwei Jahre sehr subduet, sehr schwierig, aber Immobilien sind ja eher ein lokales Geschäft, das von so etwas nur begrenzt betrifft. Ich sage durchaus nur begrenzt, weil zwei Dinge betreffen Immobilien schon, wenn ein Land hier in einer massiven wirtschaftlichen Schwäche ist und das Zweite ist, wenn die Zinsen sich bewegen. Wenn natürlich die Zinsen fallen, ist ganz klar, dass natürlich gerade in Österreich, Deutschland, wo ohne dieses Wohnraum schon recht knapp wird, nichts mehr gebaut wird, die Mieten steigen und fallende Zinsen, das ist natürlich ein Cocktail, der zu steigenden Preisen führen wird. Dem gegenüber steht sicherlich hier eine nicht ganz einfache Wirtschaftslage, aber ist höflich zu sagen, aber ich glaube, in den Metropolen, die jetzt wo nicht, nicht von einem großen Arbeitgeber abhängen sind, der vielleicht gerade in der Krise ist, also zwar jetzt in Wolfsburg, Ingolstadt beispielsweise ist vielleicht nicht so gut oder auch in Österreich, wo einige der großen Zulieferer sitzen, sehe ich trotzdem auch bei den Immobilien eine sehr goldene Zeit. Wiederum, das Geld wird auch nichts wert und in der Vergangenheit war es auch immer so, dass Gold und Immobilien eigentlich sich eher über die Geschichte nicht mal ausgehalten haben, während die Währungen wertlos wurden, aber wie schon in der vergangenen Trump-Präsidentin mit Ausnahme des Corona-Schocks, gab es natürlich eher eine sehr positive Entwicklung an fast allen Asset-Märkten und fallende Zinsen wären natürlich entsprechend auch für Anleihengut. Das heißt, als Investor, als jemand, der besitzt, wenn man zu den Hefs gehört, wird die Zeit sicherlich sehr, sehr positiv. Aber eines muss ja auch klar sein, ein komplett anderer Wind, ein Wind wäre das falsche Wort, eher ein komplett anderer Hurricane oder Sturm oder ähnliches und wer sich an diesen Wind nicht anpasst, der wird schnell Probleme bekommen und ich glaube, die Geschwindigkeit der Veränderung auf allen Ebenen wird noch völlig unterschätzt, weil wenn man sich anschaut, die Kombination aus dem Donald-Trump-Sieg unter klaren republikanischen Mehrheit, der Elon Musk, der reichste Mann der Welt an seiner Seite und dessen Auswirkungen auf die verschiedensten Branchen, auf der anderen Seite auch die künstliche Intelligenz und deren Entwicklungen, die gewaltig nochmal Wohlstand fokussieren wird, die die Algorithmen besitzen, kontrollieren, verstehen und die sich von ihnen beherrschen lassen und nicht auch das ganze Thema Bitcoin, Kryptowährung und was ja auch alleine weltweit, glaube ich jetzt seit der Wahl sind 21.000 neue Millionäre geschaffen worden, also eine sehr erkleckige Anzahl, so schnell ist selten wo gegangen, das heißt, und das ist vielleicht erst der Beginn, das heißt, die Veränderungen werden auf allen Ebenen seismografisch sein. Es muss der Glas sein, die mittlere Klasse, also die Mittelklasse, die wird schrumpfen durch die Geldeinwertung, aber auch eben durch den technologischen Fortschritt und durch eben die Politik, die gemacht wird, die zweifelundentlich den Hälften oder den Superhälften besonders profitiert, siehe Elon Musk, ist vermutlich der weltweit erste Trillionär, vielleicht schon in 5, 6 Jahren sagen einige die Financial Times voraus, und die wird immer mehr sein, dass es heißt, die Half und die Half-Nots, dazwischen wird es nicht mehr viel geben, aber die Halfs werden sich auch nochmal aufteilen, die Superhaves und die Super-Superhaves und die Ultra-Haves und die Ultra-Ultra-Haves, weil auch Militär ist vielleicht aus Sicht des Elon Musk fast schon arm. Das heißt, man wird sehen, hier wird es eine gewaltige, und das hat man ja auch gerade bei Bitcoin gesehen, ich habe es ja live verfolgt, wie teilweise der Kurs im Stundentakt um 1.000, 1.500 Dollar gestiegen ist, ich meine, auch in eigener Sache, nicht unerfreulich, bin auch um einen siebenstelligen Betrag reicher geworden, also ich muss jetzt auch nicht hier unbedingt traurig sein über das, was passiert ist, aber man sieht halt, ich glaube, die Extremität und Intensität, die passiert, wird von den meisten unterschätzt. Und es wieder heißt klassisch, winner takes it all, hoch winner takes it all. Unter der Mentalität des Cowboys, weil die Amerikaner, die sind Cowboys, der Elon Musk hat gewettet, wie ein Cowboy. Einen Seite, 30 Milliarden reicher in zwei Wochen, hätte aber der Trump verloren, wäre mehr als 30 Milliarden ärmer geworden, da hätten sich die die Demokraten gerecht. Und so sind die Amerikaner, Cowboys, vor allem die Amerikaner, wo der Trump seine Basis hat, das sind nicht die Ost- und Westküsten Amerikaner, sondern die Staaten wie Texas und Georgia und Arizona und so weiter, also all in diesen Staaten, das klassische Mit-Amerika, wo Trump auch gewonnen hat, haushochteilweise, diese Cowboy-Mentalität, die wird jetzt überall hinkommen. Und das mit künstlicher Intelligenz, wo winner takes it all, hoch winner takes it all, auch für den Kryptos, die Krypto aktiv sind, die Krypto nicht aktiv sind, hier kann sich, wird sich gewaltig von der Macht, von der, vom Vermögen, vom Einfluss entsprechend verschieben, weil auch, das ist ja auch klar, so viel Macht, Konzentration, hat es selten gegeben, sowohl in der Geschichte, dass die Republikaner, eine Partei so viel kontrolliert hat, klare Mehrheit vor des Volkes, hat entschieden, klare, beide, vermutlich, Mehrheiten über beide Kongresshäuser, klare Mehrheit des Präsidenten, plus ganz klare Mehrheit im Supreme Court, plus natürlich auch, dass Leute aus der Privatwirtschaft so intensiv die Politik entsprechend gestalten, das ist relativ neu und umgekehrt uns auch 1-Klasse, alle die Aberrationen, jetzt wir haben das fünfte Geschlecht und wir können jedes Jahr Geschlechter wechseln und Work-Life-Balance und Klima geben und Gendern und all das was so dazugehört, das ist sicherlich Geschichte, also wer das noch verfolgt, ich glaube, der Trump hat seine Meinung dazu ganz klar gesagt, diese durchaus nehmen wir es mal nicht wohlstandsfördernden Maßnahmen, wenn man nichts arbeitet, kann man auch keinen Wohlstand fordern, die sind definitiv Geschichte und auch das ganze Thema ESG, Environmental Social Governance und Nachhaltigkeit auch da, wird alles andere, glaube ich, wird irgendwie weggekehrt werden, nicht sofort, aber doch substanziell, wie gesagt, mit Ausnahme vom Tesla-Cybertruck und der ist vielleicht auch das Symbolbild, ja, viel neue Formen der Nachhaltigkeit, so kann man das in etwa sagen. Da wird ja aber intensiv werden, man muss wieder härter arbeiten, viel härter arbeiten und wer das nicht versteht, der wird wirtschaftlich untergehen, weil, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, die Cowboy-Mentalität kommt zurück, risk-taking, extremes risk-taking, wohlgemerkt, wird belohnt. Und hier gibt es meistens nur Zweifeligkeiten. Win, big, or fail. Das war immer Amerika und jetzt kommt so der amerikanische Ursprung, eben auch nicht von der Ostküste und Westküste, sondern vom mittleren Westen zurück, wo der Cowboy eben agiert hat. Und wer die Zeichen nicht erkennt, wer den Wind nicht versteht, wer nicht mitspielt, der wird schneller untergehen und verarmen, an dem ich vorstellen kann, das gilt für Personen, das gilt für Institutionen, für Länder, für Regionen, also da wird noch wirklich kein Stein auf den anderen bleiben. Und ich habe meinem Sohn immer gesagt, wer faul ist, muss Dacia fahren, das gilt schon lange nicht mehr, vielleicht wer faul ist, darf noch bitten, Dacia zu fahren, aber ich glaube, jetzt wird es heißen, wer faul ist, darf vielleicht noch einmal pro Jahr Schubkarre fahren, muss darum noch bitten. In dieser Extremität wird das jetzt vorangehen. Und auch diese Extremität ist natürlich auch immer die Gefahr, sage ich auch dazu, sehr viel Macht und Einfluss und Vermögen konzentriert auf ein ganz, ganz wenige Leute, führt auch oft zum Missbrauch. Eigentlich kann Trump mit seinem Team und auch mit der Maske durchaus als Chance nutzen, die weltweit politische Krise, wo Wohlstand, Freiheit und Frieden mit Füßen getreten wurden, wieder zu lösen, wieder Frieden herzustellen, wieder Freiheit als hohes Guthaben, was ja auch bei Cowboys der Fall ist, und auch wieder sich zu fokussieren, nicht auf Vogue und fünftes Geschlecht und Klima geben, sondern wieder auf Wohlstand schaffen und Unternehmertum schaffen und ähnliches. Aber die Gefahr ist, und das ist vielleicht auch die größte Gefahr, dass Macht und enormer Wohlstand Leute blind macht. Die Gier hat man auch in den Finanzmärkten immer wieder gesehen, sei es Immobilienmärkte, Kryptomärkte, egal wo. Und da kann auch sehr viel Unglück entstehen. Blind wird vermacht, wenn man damit nicht respektvoll und vorsichtig umgeht. Und da ist nicht vielleicht die größte Gefahr des Ganzen, dass hier so viel Konzentration von Macht, Geld und Einfluss und auch Brainpower ist, dass man hier damit vorsichtig umgehen muss. Und es bleibt zu hoffen, dass es auch der Fall ist und dass es wirklich jetzt der Beginn einer neuen Ära ist, die die alte politische Krise beendet, so vielleicht wie es auch beim Ronald Reagan mal der Fall war. Die 70er Jahre waren eine sehr schwierige Zeit und von der Marge jetzt schon. Aber immer unter der Prämisse, dass es nicht übertrieben wird, weil sonst kann das sehr schnell ins Gegenteil umkehren und sehr viel Unglück bringen. Aber eines muss ja auch klar sein, Veränderungen, Krisen, Dinge, wo es wieder neu anfängt, wo ein New Beginning ist. Für faule Menschen ist das nichts. Für Leute, die immer dasselbe wollen, aber für tüchtige, fleißige Unternehmer, für kreative Menschen. Für die geht die Debatte erst richtig los. Wer jetzt die Zeichen der Zeit versteht, wer die Trends versteht und wer hier mitspielt, der hat sehr, sehr große Chance. Und gerade in Europa, in Österreich und Deutschland gibt es extrem viel aufzuräumen, extrem viel zu machen. Und bevor alle den Kopf in den Sand stecken und sagen, Hilfe ist hier so schlecht, ich renne weg und sage, alles ist böse hier, was man immer wieder hört, wir müssen jetzt auswandern und alles hier geht den Bach runter. Sollte man sich vielleicht auch überlegen, dass man sich die Ärmel hochkrempelt und entsprechend Gas gibt und wieder sagt, ja, hier kann man was aufbauen, auch hier ist ein New Beginning. Deutschland hat eine neue Regierung, die Appellationen der Alten, die gemeine, eben als recht unfähig tituliert wurde, kann man auf den Medien nachlesen, ohne dass ich jetzt ein politisches Statement dazu abgib, auch eine Bild-Zeitung sich anschauen oder auch das Handelsblatt das etwas verklausulierter sagen, Erfolg war es keine, aber Ella Maas hat es kurz gesagt, Olaf ist ein Narr, ich mag das jetzt nicht kommentieren, aber Tatsache ist, das war halt ein Statement, was getätigt wurde vom reichsten Mann der Welt, das ist vorbei, Es kommt eine neue Regierung, auch hier durchaus eine pragmatischere Zugang, vermutlich auch wieder einer mit Amerika zu kooperieren, der Friedrich Merz hat ja Erfahrungen, war ja auch bei Blackrock tätig, vermutlich wieder eine etwas vernünftigere Politik einkehren, nicht ein Heizungsgesetz, was nicht durchführbar ist und ähnliche Idiotien aus ideologischer Sicht und deshalb kann ich euch empfehlen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nicht zu sagen, alles ist schlecht, sondern wieder die Ärmel hochkrempeln, Gas zu geben und wieder auch Österreich und Deutschland dorthin zu führen, wo man sein sollte, an der Weltspitze, wo alle bewundern, die Leute haben Medien in Germany lange bewundert, manche bewundern es noch immer in vielen Ländern, auch Medien in Ost, der Ost war immer ein lustiges Land, aber auch ein Land, wo die Leute sehr gerne hingezogen sind und anstatt dass man sagt, wir gehen weg, nutzt man die Chancen hier, die ergeben und ich glaube, dann wird eure Zukunft sowohl wirtschaftlich als auch von einer Reputation sehr, sehr rosig werden. Nutzt die Chance, die sich jetzt ergeben, es werden wilde Zeiten, es wird ein wilder Ritt, ich habe euch ja versucht, jetzt ein wenig die Trends zu erklären, aber auch durchaus eine Zeit von großen Opportunitäten und genauso in Amerika eine neue Zeitenwende begonnen hat, hat es sicherlich in eingeschränkteren Ausmaß auch in Deutschland eine neue Zeitenwende begonnen und das kann auch, meistens ist es immer so und erinnert euch an Bitcoin. Genau vor zwei Jahren, etwa zwei Jahren hat mir jeder gesagt, Bitcoin ist pleite. Damals war es bei 16.000 oder 18.000 Dollar, ich bin dort gesetzt, und habe gekauft und getretet. Heute, zwei Jahre später, rede ich über Bitcoin bei The New World Currency bei 90.000 Dollar. Und immer dann, wenn alle sagen, die Welt bricht zusammen, alles ist schlimm, ist meistens der beste Zeitpunkt aktiv zu werden, dann kann man, wenn es wieder gut ist, die Gewinne und den Erfolg feiern, die die erst dann einsteigen, wenn schon alles gut ist, die bekommen immer die Brotkümmel und deshalb gebt es Gas, nutzt die Chancen, egal wie ihr dazu politisch steht, ich weiß, es ist ein politisch brenzliges Thema, viele Leute sind positiv, viele andere sind negativ, ich habe euch versucht zu analysieren, was ich glaube, was passieren wird, vor allem anhand der Daten auf den Finanzmärkten, anhand dessen, was man eben sieht, wie auch die Regierung sich zusammensetzt, und unabhängig davon, wie gesagt, ergeben sich Chancen, die man nutzen sollte, und ich glaube, man sollte auch hier die Rationalität behalten, und hoffen, dass eben wieder Wohlstand, Freiheit und Friede, wenn man das ist, was die Maxime ist, in der sich unsere Welt bewegt. Alles Gute, viel Erfolg!